Guten Morgen, Willkommen zurück zu meinem Let's Play. Ich habe heute vor die komplette Welt 3 abzuschließen. Das sind noch mindestens 4 Level, wenn nicht sogar 5. Also kommt drauf an, vielleicht auch mehr, weiß nicht. Also das was ich jetzt sehe, würde ich mal schlau schließen, dass es 4 oder 5 sind. Also mindestens 4, mit dem mitgerechnet. Und ja, die will ich heute machen auf jeden Fall. Können also spät werden. Sehr spät. Und wie ich gesehen habe, schaut sich auch irgendwer meine Videos an. Keine Ahnung wer. Dem immer noch muss ziemlich langweilig auf jeden Fall sein. Sonst wüsste ich nicht, warum er meine Videos anschaut. So langweilig wie die aussehen. Ich meine, ich spring meistens nur in Abgründe oder Gegner rein. Und das ist nicht sonderlich spannend, oder? Ich finde das jemand toll. Ja, ich sterbe die ganze Zeit. Denken sie dir nicht. Ha, ich kann es auch nicht besser als ich. Den schaue ich mir doch an. Ah, Eis, Eis, Eis. Huuui, Blume. Blume wird alles besser. Jetzt wird das Spiel einfach. Technisch gesehen, theoretisch, vielleicht, eventuell. Möglicherweise. Wir werden sehen. Ah, nicht gleich wieder irgendwo hineinspringen. Oh nein, Stacheln. Die ließen sich nicht einfrieren, oder wie war das? Blasse. Finden wir es doch einfach mal heraus. Nein, geht nicht. Geht nicht. Ist ja so schön gewesen. Kann man die denn gar nicht töten? Aber die kann man. Aha. Achja, ich erinnere mich. Das war jetzt... Und... Kurze Unterbrechung und weiter geht's. Dass die Leute nicht mehr stören müssen, wenn man... Achja, da durfte man ja nicht auch unten zurück... Ah... Ich werde vergessen. Gibt's noch nicht. Schlechtes Gedächtnis, ganz schlecht. Und... Ah, die sollte jetzt einfach in der Luft stehen. Okay. Kann man die auch einfrieren? Gehen wir lieber weiter, bevor... Nein! Ich hab's kommen sehen. Ich hab's kommen sehen. War so klar. So klar! Oh Mann. Und war da nicht irgendwie ein Block oder so? Ach nein, da musste ich... Die Qualle, oder? Ich hätte das das letzte Mal gemacht. Verdammt! Warum hab ich so ein schlechtes Gedächtnis? Komm her! Äh... Ja. Genau so. Und... Hä? War der da? Äh... Ja, er war da. Okay... Vorsichtig... Vors... Äh... Leere Blöcke. Ja. Wer auch immer das erfunden hat. Ich hasse dich. Das ist einfach gemein, sowas zu machen. Oh ne, oder? Ich hasse es. Ach, wer kommt auf sowas? Da zwei solche Stachel... Was auch immer hinzustellen... Ist doch gemein! Das sag ich mal einer Mami. Oh Mann. Also nochmal. Übung macht den Meister. Rande stehen bleiben! Ah... Ich mach's mal wieder dramatischer als es überhaupt ist. So... Da ging's rüber... Ich fahr's lieber. Ja... Äh... Äh... Da... Wird nichts drin. Ja... Genau... Genau was ich brauch. Nichts. Äh... Ich bin viel zu gut, um irgendwas zu brauchen. Deswegen krieg ich auch nichts. Tschüss. Ah... Okay. Naja, wir sind ja gleich wieder da, wo wir aufgehört haben. Und äh... Da hat doch... Jaaa... Genau was ich brauch. Äh... In die andere Richtung. Hehehe... Komm ich da vielleicht irgendwie drauf? So... Direkt irgendwie. Hm... Könnt... Könnt gehen. Könnt gehen. Aha... Weil ich auf dem Block nur käme. Hey... Wird nix. Wird nix. Wird nix. Wird nix. Wird nix. Na dann müssen wir eben doch wieder den Weg gehen. Ist da was? Nein. Hoffe nicht. Ah... Klasse. Ah... In der Mitte will ich doch. Komm du mal ein Stück näher. So fällig lauf ich den anderen noch nahe. So geht's. Ah... Klasse. Na, geh doch. Oh... Fast weg drauf gesprungen. Ist ja schlecht gewesen. Und... Hopp, hopp, hopp. Lauf, lauf, lauf. Schneller. Ja... Uff. Sollte weniger so gewagte Manöver machen. Ich führe nur wieder dazu, dass ich sterbe. Uff. Mal wieder. Das ist auch das... Was ich am meisten mache, glaube ich, oder? Mal zählenspürte, wie oft ich gestorben bin. Oder macht das das Spiel vielleicht? Das wär toll. Uff. Und... Ich komm da hinauf. Ich will da hinauf. Und... Wo ist jetzt die Qualle? Komm her. Her, komm. Bleibst in der Luft stehen. Jawohl. Ach, halt da! Und ich spring wieder da nahe. Ich glaub's einfach nicht. Obwohl ich jetzt wissen soll, dass da Block ist. Ich soll das wissen? Warum weiß ich das nicht? Voll so geisterhaft. Uff. Uff. Okay, was war da? Da? Was? Was ist das? Was war das? Grafikfehler? Bug? Uff. Okay. Moment, ich seh sie. Ich seh sie. Sieh ihre Spitzen. Uff. Uff. Und... Jetzt! Wow. Was ist da unten? Was ist da unten? Was ist da unten? Wir spinnen doch, oder? Was soll ich denn da durchkommen? Ich probier's gar nicht erst aus. Wahrscheinlich ist das so... Direktausgang. Pilz. Uff. Nichts ist auch gut, ja. Kann man immer gebrauchen. Eine Türe nichts. Oh. Peinliche Scheiße. Ich seh die Tür! Ich seh die Tür! Geh weg! Oh Gott. Ich seh die Tür! Ich seh die! Komm her! Komm da weg! Komm weg von der Tür! Und lass mich raus! Lass mich raus! Lass mich raus! Uff. Geht doch! Speichern! Speichern! Hey! Hey!